Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Ab morgen ist etwas Wetterbesserung in Sicht. Bei einem teilweise kräftigen Wind gibt es am Samstag einen Sonne-Wolken-Mix. Das Thermometer klettert bis auf 16 Grad. Gegen Abend und in der Nacht kann es gelegentlich zu Regenschauen kommen. Am Sonntag dominiert bei ähnlichen Werten wie am Samstag die Sonne den Westsachsenhimmel. Weiterhin begleitet uns ein frischer Wind. Im Tagesverlauf kann es zu gewittrigen Schauern kommen. Mit einer ähnlich durchwachsenen Wetterlage starten wir dann in die neue Woche. Immer wieder kämpft sich die Sonne zwischen dicken Wolken durch. Auch mit teils heftigen Gewittern ist zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich um die 15 Grad. Am Dienstag klettert das Thermometer dann nur noch bis auf 13 Grad. Die Sonne wechselt sich mit wolkigen Abschnitten ab. Immer wieder kann es regnen. Aus heutiger Sicht wird uns dieses Auf und Ab beim Wetter wohl noch einige Tage begleiten. führen.